Weiter geht's. Und wie ihr das jetzt wieder bemerkt, haben wir jetzt wieder die Rollen getauscht. Wir haben jetzt hier so einen riesen, riesen Gang. In so einem alten, verkorksten Gebäude. Also hier... Hier waren Türen. Die sind zugemauert worden. Sieht man in Irmobis richtig gut. Rass. Pass auf. Da kommen die Steine schon runter. Ja, alles zugemauert. Höchstens von der anderen Seite, wenn wir vielleicht ein Stück mal weiter gehen. Ja, das ist kacke. Äh... Nochmal. Achte mal. Da kommt man rein. Da kommt man rein. Da vorne ist ein Eingang, Alter. Das sind Schienen. Sollen wir mal gucken? Wir müssen eigentlich nur auf die andere Seite gucken. Das ist das Problem. Okay. Wir müssen es versuchen. Eine hier hin. Das ist das Kante. Das sieht nicht aus. Also... Dann waren ich... Dann waren ich auch unsere ganzen Zuschauer schon wieder vor. Ähm... Wenn es hart auf hart kommt, müssen wir leider wieder reden. Ja, das können wir ja dann auch... Ja, das können wir ja dann auch... Das ist das Problem. Nein. Ja. Ja. Da sind die Paletten. Scheiße, dahinter, dahinter. Komm da. Komm da, das ist hier. Scheiße. Nein, das war der Wachdienst, Alter, der ist hier. Fuck. Also, ich sag dann mal so, wir werden jetzt gleich versuchen, sofort wieder rauszugehen. Das ist heftig, der macht hier seine Runden. Der Wachdienst. Ich weiß es nicht, meine Schlüssel hat so gerasselt in der Tasche. Pass auf, der kommt da eh rum. Ich mach jetzt auf Cut, Alter, ich muss mich konzentrieren, dass ich hier rauskomme. Tut uns leid, aber jetzt müssen wir leider abbrechen. Okay, laut Reinschüsse. Okay.